Moin moin zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Tagestrash. Bevor wir loslegen, muss ich euch noch kurz was erzählen. Ich habe das gestern auch direkt meinem Mann erzählt. Ich bin gestorben gestern. Oh mein Gott, mir wurde sowas Süßes zugeschickt, was ich euch leider nicht zeigen kann. Aber eine Followerin hat mir bei Insta eine DM geschickt und geschrieben, der Kleine redet voll wenig eigentlich, also babbelt wenig, aber wenn deine Videos laufen, dann babbelt er richtig viel. Und dabei war eben ein Video von ihrem kleinen Baby, wie das auf der Couch liegt und einfach mein Video da läuft und er zum Fernseher guckt und sich die ganze Zeit mit mir unterhält. Boah, ich kann nicht mehr, ich bin gestorben. Das war so süß. Und ja, offensichtlich kann ich euch das Video ja leider nicht zeigen, aber der Kleine, der war so unfassbar niedlich. Und wie der sich mit mir unterhalten hat, ich habe es geliebt. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr warten. Fünf Monate noch, dann habe ich endlich mein kleines Baby in den Händen. So, und jetzt legen wir los. Ich sage euch schon mal vorab, es wird in diesem Video einen Spoiler geben, und zwar zu Princess Charming, aber den packe ich ganz ans Ende, damit die Leute, die das nicht wissen möchten, vorher abschalten können und jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit darauf achten müssen, wann sie das Video stoppen müssen. Ich sage es am Ende nochmal, wenn ihr raus aus dem Video müsst, falls ihr es nicht erfahren möchtet. Wir legen los mit ein paar Updates zu Themen, über die wir gestern schon gesprochen haben. Falls ihr das nicht gesehen habt, würde ich euch empfehlen, vielleicht den Tagestrash von gestern erstmal anzuschauen. Da waren nämlich Storys von Gigi und Jonah Steinig drin, bezüglich dieses Fame-Fightings, also dieses Promi-Boxens in klein, was von Eugen organisiert wird. In dem Video von gestern ging es ja unter anderem darum, dass Gigi sich beschwert hat, dass keiner seiner Feinde Bock hat oder, keine Ahnung, auf jeden Fall nicht für einen Kampf motiviert werden konnte. Daraufhin hat Jonah reagiert und gesagt, ey, ich stand die ganze Zeit zur Verfügung, gegen Gigi zu kämpfen, aber er hat anscheinend einen besseren Partner gesucht und jetzt habe ich mir was anderes vorgenommen. Da hatte ich die Vermutung, dass Gigi vielleicht die ganze Zeit versucht hat, Jeanne Kaplan zu bekommen, denn wir wissen ja, dass Jeanne Kaplan, also der Verlobte von Valentina und Gigi im Sommerhaus Stress hatten und es wohl auch zu Handgreiflichkeiten mutmaßlich gekommen sein soll. So, und anscheinend ist da auch tatsächlich was dran. Einigen von euch ist auch letztens aufgefallen, dass in einer Story von Jeanne er ein blaues Auge hatte, vielleicht vom Boxtraining. So, auf jeden Fall hat Jeanne jetzt etwas dazu gepostet und zwar ein Video, wie er eben beim Boxtraining ist und hat etwas dazu geschrieben, das ich euch jetzt vorlesen werde. So, und Jeanne schreibt dazu, Für meine Verlobte steige ich auch in den Ring. Es gibt wenig, was mich im Leben aus der Ruhe bringt, aber wenn jemand meine Verlobte Valentina anfasst oder beleidigt, werde ich das so nicht stehen lassen. Für mich hat Gewalt keinen Platz in der Welt, außer es ist einvernehmlich bzw. beim Kampfsport. Hat sich jemand nicht im Griff und wird gewalttätig, darf dieser Person keine Plattform mehr gegeben werden. Gerade dieser Gedanke schwebte mir lange durch den Kopf. Sollte ich den Kampf machen, sollte ich dieser Person damit nochmals das letzte Mal eine Plattform geben? Meine Antwort lautet ganz klar, ja. Denn ich werde darum kämpfen, dass Gewalt keinen Platz hat. Mit der Reichweite werde ich mich genau dafür einsetzen und es ist viel geplant. Bleibt auf jeden Fall gespannt. PS, der Kampf bedeutet nicht, dass ich nicht strafrechtlich gegen die Gewalt vorgehe. Sowas muss geahndet werden, ansonsten wird es Nachahmer geben. In welcher Gesellschaft wollen wir leben? Das sollte sich jeder von uns fragen. Ja, okay. Ich glaube, ich habe mittlerweile genug Videos zu diesem Thema gemacht und ihr kennt meine Meinung, deswegen werde ich die jetzt nicht nochmal hier wiederholen zum Thema Gewalt. Jeanne hat natürlich recht damit, dass es was anderes ist, ob Gewalt irgendwie in der TV-Show stattgefunden hat oder sonst im privaten Bereich oder so, oder ob sich zwei Leute wirklich dazu verabreden, gegeneinander zu boxen und einwilligen, dass sie sich eben gegenseitig auf die Fresse hauen wollen. Das mit der Reichweite und mit der Plattform finde ich so ein bisschen fraglich, weil Gigi halt eine viel größere Reichweite hat als Jeanne. Also es ist jetzt gar nicht so wirklich die Frage, ob Jeanne Gigi eine Plattform geben sollte, weil Gigi wirklich, ich habe jetzt nicht genau da nachgeguckt, aber irgendwie über 300.000 Follower, glaube ich, hat oder auf jeden Fall so um den Dreh. Und Jeanne halt eben deutlich weniger. Ja, auf Follower kommt es nicht an, Follower sind in dem Sinne scheißegal, wenn es ums Menschliche geht. Aber wenn man hier eben über Reichweite und Plattform redet, dann ist es eben nicht so, dass Jeanne irgendwie Gigi jetzt eine Plattform gibt, sondern wenn, dann eher andersrum, weil der andere eben viel, viel mehr Reichweite hat. Ich muss dazu aber auch sagen, ich weiß nicht, ob das ganze Event überhaupt irgendwo ausgestrahlt wird und das geht von dem Profil auch nicht hervor. Ich habe euch das Profil ja gestern bereits in dem Video gezeigt und das Event findet eben am 4. November in Bonn statt, im Maritimhotel. So, und man kann Tickets dafür kaufen über eine Plattform, geht am besten auf das Profil und schaut euch das an, falls ihr euch dafür interessiert. Irgendwie abends um 18.30 Uhr oder so geht es los. Aber da steht nichts davon, ob das auf irgendeinem Sender oder so übertragen wird, weil, wie gesagt, es ist ja nicht das große Promiboxen, sondern es ist organisiert von Eugen und deswegen, oder ob es da irgendwie einen Livestream gibt oder so, keine Ahnung. Falls ich was höre, sage ich euch Bescheid. So, und wir knüpfen jetzt auch nochmal an das Thema Jannik und Gerne an, worüber wir ebenfalls oft gesprochen haben. Die beiden zeigen sich ja überall miteinander und geben ständig Hinweise in ihren Storys, dass sie eben miteinander unterwegs sind. Jetzt waren sie ja bei einem Spieleabend mit Nico geriesert unter anderem Gerda und Jannik sind da auch ganz offensichtlich getaggt. Wahrscheinlich haben sie wieder sehr viele Nachrichten bekommen, denn Gerda hat sich jetzt schlussendlich dazu entschieden, etwas dazu zu sagen. So, denn Gerda hat nämlich eine Fragerunde gemacht und wurde anderem natürlich gefragt, bist du und Jannik zusammen? Heißt das nicht, sind du und Jannik zusammen? Na egal. Und wenn ja, warum macht ihr so ein Spielchen darum? Und Gerda sagt, ich beantworte die Frage jetzt einmal, weil ich weiß, dass ihr das von mir hören wollt. Also, here you go. Ja, Jannik und ich daten uns. Ist, glaube ich, offensichtlich? Ja, ist offensichtlich. Ich weiß, dass das einige nicht verstehen, was auch okay ist. Unser Start war nicht gerade entspannt und teilweise auch paradox und ich habe auch nicht immer korrekt gehandelt. Am Ende zählt, was man selber möchte und womit man glücklich ist und das ist das, was mich glücklich macht. Und zum Thema Spielchen möchte ich sagen, dass ich selbst entscheiden wollte, wann und wie viel ich zu dem Thema sagen möchte. Ich sage, also ich, Alina, sage gleich was dazu. Ab einem gewissen Zeitpunkt wurden wir draußen gesehen und das war uns natürlich bewusst. Das bedeutet aber nicht, dass ich mich genau dann zu dem Thema äußern muss. Ich wollte das einfach dann ansprechen, wenn ich es für mich richtig empfinde und der Moment ist für mich jetzt gerade. Fakt ist aber auch, dass es trotzdem genauso weitergeht wie bisher. Wann, was und wie viel ihr davon sehen werdet, wird die Zukunft zeigen, aber zu diesem Zeitpunkt ist von meiner Seite aus alles gesagt. Das erinnert mich so ein bisschen an die Statements letztens von Tachi Mavo und Melissa, die ja auch ständig in Storys zusammen zu sehen waren beziehungsweise dieselben Storys gepostet haben und dann eben oft darauf angesprochen wurden und sich dann ein bisschen darüber, ich sage mal, echauffiert haben, dass Leute anscheinend von ihnen verlangt haben, sich dazu zu äußern. Und natürlich ist es absolut richtig, dass diese Leute nichts dazu sagen müssen, dass sie selber entscheiden können, was sie mit der Öffentlichkeit teilen und was nicht. Und ich finde, es ist auch nochmal was anderes, wenn zum Beispiel jetzt Gerda und Yannick sich daten oder Melissa und Tachi Mavo sich daten und dann in die Öffentlichkeit gehen, also ins Café gehen oder ins Restaurant oder wohin auch immer und dort zum Beispiel heimlich fotografiert werden. Kennen wir ja Paparazzi, egal ob jetzt wirklich offizielle, also berufliche Paparazzi oder Zuschauer, die Bilder an Promiflash schicken oder vielleicht auch gestellte Bilder oder so. Und das ist für mich dann nochmal was anderes, die Leute in ihrer Privatsphäre irgendwie heimlich zu fotografieren oder so und das zu veröffentlichen, weil das ja dann gegen den Willen der Personen geht. Klar, die stehen in der Öffentlichkeit, aber haben sich, falls sie sich nur draußen zeigen, aber selber nichts teilen auf Insta, dazu entschieden, das erstmal ein bisschen undercover zu halten. Aber genau das ist ja eben gerade bei Tachi Mavo und Melissa und auch hier bei Yannick und Gerda nicht der Fall. Es wird ja sehr, sehr viel in Storys angeteasert und ja, natürlich dürfen die Leute zeigen, wo sie sind, zeigen, wenn sie in Restaurants gehen und so. Das ist ja ein bisschen auch deren, oder ist ja auch deren Berufsbild, dass sie einen mitnehmen in ihrem Leben. Aber man kann natürlich, wenn man es wirklich geheim halten möchte, darauf achten, dass man vielleicht nicht zu auffällige Storys macht, dass man zum Beispiel nicht die Person ganz klar erkennt, wie in der Story von gestern, als Yannick gepostet hat, dass er da irgendwo in Holland war und im Restaurant am Strand gegessen hat und natürlich, genau in dem Moment, als er das Foto gemacht hat, Gerda's Hand mit, na klar, woran erkennt man Leute heutzutage, an den Tattoos, Gerda's Hand in das Bild kam und sich eine Pommes oder was das wahrgenommen hat. Das ist natürlich gestellt. Also so dumm sind wir nicht. Das können die Leute machen, wenn sie die Gerüchteküche anheizen möchten und Klicks generieren möchten und Storyviews und so, ist das vollkommen okay. So, ich hab da gar kein Problem mit. Ich rede mit euch darüber. Für uns ist das Entertainment-Unterhaltung und für die Leute bringt das auch was Gutes. So ist quasi eine Win-Win-Situation. Aber man muss uns doch wirklich nicht für dumm verkaufen. Und wenn man eben solche Storys macht, wo man sieht, okay, das ist das Tattoo dieser Person oder wir machen beide ein Selfie, getrennt voneinander, aber vor genau derselben Wand mit genau derselben Tapete und so, kann man natürlich auch sagen, okay, du nimmst die Tapete und ich geh raus und mach da mein Selfie oder so. Aber das wird natürlich nicht gemacht. Und dann ist klar, dass die Leute darüber reden, dass die Leute auch nachfragen. Ich persönlich würde den Leuten jetzt keine private Nachricht schicken und da irgendwie Fragen stellen oder so. Aber es ist allgemein bekannt, dass es viele Leute gibt, vor allem, wenn die Fans dieser Fans oder keine Ahnung, Follower dieser Person sind, die das interessiert und die dann nachfragen. Und ich finde, darüber kann man sich auch wirklich nicht beschweren. Aber mich würde sehr interessieren, was ihr davon haltet und wie eure Meinung dazu ist. Schreibt es sehr gerne in die Kommentare, falls ihr Bock habt. So, und jetzt kommen wir zum Thema Gioia und Danilo Celaro. Also Gioia kennt man, wie gesagt, ich hoffe, dass ich den Namen richtig ausspreche, aber ich kenne den Namen einfach nicht. Ich sage einfach Gioia. Und Danilo Celaro waren ja zusammen. Gioia kennt man jetzt nicht aus dem Fernsehen, soweit ich weiß, aber Danilo kennen wir ja von Bachelor in Paradise und davor Eye to Reality Stars und Bachelor Red und so. So, die beiden haben sich ja getrennt in einer Schlammschlacht. Dann wurden die beiden mutmaßlich wieder zusammen gesehen, was Christina Shakira öffentlich gemacht hat. Und jetzt hat Danilo gestern ein Statement dazu abgegeben und gesagt, ja, die beiden versuchen es doch nochmal wieder. Gioia hat auch ebenfalls dazu was gepostet, das lese ich euch jetzt vor. Und zwar, ich möchte auch kurz auf die aktuellen Gerüchte eingehen, die wieder verbreitet werden. Vielleicht habt ihr es bereits in Danilos Story gesehen. Wir befinden uns gerade in einer Phase, in der wir versuchen, wieder zueinander zu finden. Ich bitte euch, dies zu respektieren und auf Spekulationen und Gerüchte zu verzichten. Es erstaunt mich, dass einige behaupten, wir würden solche Dinge nur tun, um Fame abzustauben oder an irgendeiner Show teilzunehmen. In welcher Welt leben wir eigentlich? Wenn das unser Ziel gewesen wäre, hätten wir sicherlich keine derartige Geschichte erzählt. Ich bitte euch einfach, uns die Zeit zu lassen, die wir brauchen. Vielen Dank für euer Verständnis. Ergibt für mich, also jetzt rede ich als Alina, so ergibt für mich ehrlich gesagt keinen Sinn. Das ist so ähnlich, wie Danilo es gestern dargestellt hat, dass wenn sie auf Fame aus wären, dass sie sich nicht so eine Geschichte ausgedacht hätten. Doch, meiner Meinung nach, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das Fake ist oder nicht, aber wenn ich mir vorstelle, man möchte Fame generieren, man möchte Klicks generieren und so, dann setzt man sich nicht einfach hin und schreibt, wir haben uns getrennt, aber wir wollen nichts dazu sagen, sorry, bye bye, weil das ist uninteressant für den Zuschauer oder für den Follower, sondern wenn man die Absicht hat, eine Trennung zu inszenieren, falls, und falls man damit Klicks und Reichweite generieren will, dann denkt man sich natürlich eine interessante Story aus, wo die Leute von Profil zu Profil immer hin und her gehen und gucken, gibt es da was Neues, gibt es neuen Stress. Also das ist für mich komplett logisch, oder? Wie seht ihr das? Eine andere Sache, die ich auch nicht verstehe und ich glaube auch nicht, dass sie das so wirklich ernst meint, ist, als sie geschrieben hat, es erstaunt mich, dass einige behaupten, wir würden solche Dinge nur tun, um Fame abzustauben. Warum erstaunt sie das? Also mich würde das absolut gar nicht erstaunen, wenn ich jetzt irgendwie ein Reality-Star wäre und mich in Wirklichkeit von meinem Mann trennen würde, so Klopf auf Holz, wird nicht passieren, aber wenn das so wäre und wirklich so wäre und wir das dann öffentlich machen, würden, dann würde es mich absolut nicht erstaunen, wenn die Leute sofort ankommen mit prominent getrennt, Ex on the Beach und so. Warum? Weil man das in der heutigen Welt einfach nicht mehr weiß. Es gibt Trennungen, ja, die sind echt, da trennen die Leute sich wirklich, aber wir haben auch wirklich gerade in den letzten Jahren oft Trennungen gesehen, die gefaked wurden oder Beziehungen, die gefaked wurden oder irgendwas anderes, Streitigkeiten, die gefaked wurden und so, um Fame und Klicks abzustauben. Also das ist nichts Neues mittlerweile mehr und das ist auch nichts, was wirklich erstaunlich ist und mich würde es eher erstaunen, wenn es keine Leute geben würde, die sowas im Hinterkopf haben. Ich muss sagen, ich halte mich immer zurück mit solchen, oder ich versuche zumindest, mich mit solchen Vermutungen zurückzuhalten und sage extra immer, ich weiß nicht, was die Wahrheit ist, ob die sich wirklich getrennt haben oder nicht, aber der erste Gedanke, den ich oft habe, ist tatsächlich auch Ex on the Beach oder prominent getrennt. Einfach nicht, weil ich irgendwas gegen die Leute habe, aber weil wir als Zuschauer so negative Erfahrungen, sage ich mal, aus der Vergangenheit gesammelt haben. Aber zu genau diesem Thema hat sich auch Jennifer Iglesias geäußert, also sie hat keine Namen in ihrer Story genannt, aber wir bekommen ja aktuell mit, wer sich so alles trennt. Ich werde euch gleich auch eine Story von ihr zeigen, aber bevor wir uns das anschauen, schauen wir uns noch eine weitere Promi-Trennung an. Und zwar geht es bei dieser Trennung um Saskia Azeroth. Da werdet ihr euch vielleicht fragen, wer ist das denn? Aber ja, sie gehört auch zu unserer geliebten Trash-Welt, war allerdings schon länger nicht mehr zu sehen. Sie hat allerdings beim Bachelor ihre Trash-TV-Karriere angefangen und war dann auch im Sommerhaus zu sehen. Das ist mittlerweile schon einige Jahre her, aber sie gehört auch dazu und deswegen schauen wir uns auch ihre Trennung an. Und zwar schreibt sie, Hello ihr Lieben, der ein oder andere hat sicher gemerkt, dass sich bei mir etwas verändert hat. In der Tat ist das so. Ich habe mich von meinem Mann vor ein paar Wochen getrennt. Hintergründe, warum, weshalb, wieso, gehören nicht in die Öffentlichkeit und gehen auch niemandem was an. Ich bitte euch nicht zu urteilen, manchmal gehen Wege nun mal in unterschiedliche Richtungen und dann ist es besser, das zu erkennen und zu handeln. Wir werden durch Elias immer verbunden sein als Eltern und das Wohl von Elias steht an erster Stelle. Das ist der Sohn von dem, also kann man sich wahrscheinlich denken. Wünsche euch ein tolles Wochenende. So und bevor wir dann gleich zu Jennifer Iglesias Story dazu kommen, das ist wie gesagt in Videoform, wollte ich euch noch kurz ein Update geben und zwar wieder mal zum Forsthaus Rampensau, denn da wurde wieder ein neues Pärchen bekannt gegeben beziehungsweise ein neues Team und das sind Vanessa Marie Prosa und Sanja, weiß ich nicht, Sanja irgendwas vergessen, keine Ahnung, die jetzt ja mit Dr. Simpson zusammen war oder die auf jeden Fall so getan haben, als wären die zusammen gewesen. Keine Ahnung, ob das wirklich im Endeffekt eine richtige Beziehung war. Das stand ja immer so ein bisschen in den Sternen und war für viele Zuschauer immer so ein bisschen fraglich, aber auf jeden Fall nehmen Vanessa und Sanja ebenfalls teil. So, jetzt kommen wir zu der Story von Jennifer Iglesias und ich muss mich korrigieren, denn ich habe vorhin gesagt, sie hätte keine Namen genannt, das stimmt aber nicht, sondern sie hat durchaus Screenshots eingefügt und zwar einmal einen Beitrag von der Seite In Love With Trash TV, wo darüber berichtet wird, dass Jessie und Abdu sich getrennt haben und einen Screenshot von Danilo Sellaro, über den wir ebenfalls in der letzten Zeit des Öfteren gesprochen haben. Und Jennifer hat dazu geschrieben, jetzt muss ich auch mal was dazu sagen, da es mich komplett nervt, wie viele sich gerade jetzt in der Öffentlichkeit trennen, um bei Prominent getrennt mitzumachen, als würde man das nicht checken. So Leute, ich habe die ganze Zeit überlegt, soll ich was dazu sagen oder lieber nicht, weil ab meines Tages ist ja auch irgendwo nicht mein Bier, aber wisst ihr was, ich sage jetzt auch einfach was dazu. Ich meine, ihr kennt mich auch, ich habe mich ohne Grund in meiner Bio erzählen geschrieben, dass ich auf jeden Fall Daily Real Talks auch einbauen werde, meine Storys heißen, ich werde es öfteren mal Sachen thematisieren, die mich aufregen oder die für mich wichtig sind, also einfach mal Real Talk. So und es ist kein Geheimnis, das Casting läuft jetzt Prominent getrennt. Ich meine, ich weiß ja auch schon das eine oder andere, weil ich auch angefragt worden bin. Ja, und was ich einfach krass finde, ist, dass sehr viele Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, sich jetzt extra trennen, um dort mitzumachen und ich finde, es ist so lächerlich und so peinlich. Ich meine, ein Blinder checkt das. Das ist einfach voll oft, ja, wir haben uns getrennt, wir möchten aber gerade nichts dazu sagen oder so außen nicht, obwohl eigentlich alles gut war. Aber ich will ja keinen Leuten irgendwas unterstellen. Am Ende weiß man ja nie, was dahinter steckt, aber ich finde die Zufälle einfach krass, dass ganz, ganz, ganz viele Trennungen immer gerade dann stattfinden, wenn die Castings laufen für, ja, ihr wisst ja, welche Show ich meine. Und es ist einfach mehr als offensichtlich und das Peinliche an der ganzen Sache ist, dass sogar bei TikTok Leute gefilmt werden, die einfach immer noch zusammen sind, die dann irgendwo gespottet werden. und es ist ja gerade dann da, mehr als offensichtlich, dass viele Scheintrennungen dann zustande kommen, einfach nur, damit die halt in gewissen Shows teilnehmen können. Und das ist krass, weil ich mir denke, ich könnte niemals meine eigene Beziehung so aufs Spiel setzen und das vorzutäuschen, eine Trennung vorzutäuschen, einfach nur, um irgendwo mitzumachen, um Geld zu kassieren. Also, da braucht man schon so ein bisschen Stolz, oder? Also, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, das ist so ein Ding, ich finde es echt total erbärmlich. So ist meine Meinung. Ihr könnt mir ja gerne sagen, wie ihr dazu steht, ob ihr sowas könntet, könntet ihr, also jetzt für die Girls, die in der Beziehung sind, könntet ihr euch von eurem Partner trennen, einfach nur, um irgendwo mitzumachen? Viele würden eventuell jetzt sagen, ja klar, wenn das Geld stimmt, aber ich sage euch ehrlich, ich könnte das einfach nicht. Ich, ich kann es einfach nicht und ich finde es immer nur lustig, weil ich gucke einfach nur auf mein Instagram oder selbst TikTok oder egal wo und es sind so viele Gesichter, die man so kennt und man weiß halt auch intern, dass die noch zusammen sind, aber dass sie jetzt einfach alles nur vortäuschen, einfach nur, um da mitzumachen und ich hoffe einfach nur, dass Produktionen schlau genug, um das zu checken, weil es gibt für mich nichts Peinlicheres, als wenn so Sachen einfach vorgetäuscht sind. So, da macht es auch gar keinen Spaß zu gucken, weil man dann eh weiß, es ist kompletter Bluff und die irgendwie so eine Show abziehen für Geld und keine Ahnung was und dafür deren Beziehung aufs Spiel setzen. I don't know. Muss jeder für sich wissen. Ja, Jennifer hat dann noch eine Nachricht bekommen von einer Person, die bei Prominent Getrennt im letzten Jahr mitgemacht hat und die Person hat geschrieben, das juckt die Produktion leider null. Bei uns waren auch drei Paare heimlich noch zusammen. Jeder hat es gecheckt, aber juckt keinen. Und Jennifer sagt dazu, schade, echt sehr schade. Erst recht, weil die Zuschauer nicht dumm sind. Ja, ich habe da letztes Jahr, falls ihr euch erinnert, schon des Öfteren darüber geredet, sowohl auf YouTube als auch auf Insta, weil mir das auch super auf den Sack gegangen ist und ich mich tatsächlich letztes Jahr sehr, sehr darüber geärgert habe, auch wie, wie wir teilweise verarscht werden, als ob wir wirklich so dumm wären und nichts checken würden. Vielleicht wird da auch drauf gesetzt, dass einige Zuschauer gar nicht auf Insta aktiv sind und das alles nicht mitbekommen oder so und wirklich davon ausgehen, dass das echt ist, wobei ich finde, dass man das bei einigen Paaren auch wirklich gemerkt hat, wie fake das ist und wie schlecht das Schauspiel hat und das ist für mich persönlich einfach so unfassbar langweilig. Mittlerweile ärgere ich mich nicht mehr darüber, weil, keine Ahnung, es gibt doch einfach wichtigere Dinge auf der Welt, aber letztes Jahr hat es mich wirklich, muss ich sagen, ziemlich sauer gemacht, dass diese Shows, die ich mir halt sehr, sehr gerne angucke oder wir uns sehr gerne angucken, dadurch kaputt gemacht werden, aber die Produktion will es ja anscheinend so. Ich finde, es ist ein Leichtes zu überprüfen, ob die Leute wirklich getrennt sind oder noch zusammen sind und so und vor allem, wenn man Leute nimmt, die nicht seit einem Monat getrennt sind oder seit zwei Monaten oder vielleicht seit einer Woche oder sowas, wäre es für mich ziemlich leicht, sicher zu gehen, dass die Leute wirklich in keiner Beziehung mehr sind. Wenn man zum Beispiel die ganze Zeit Leute nimmt wie Malisa und Fabio, da stand es außer Frage, dass die beiden wirklich nicht mehr zusammen waren, die waren zu dem Zeitpunkt schon irgendwie ein Jahr lang getrennt oder über ein Jahr oder so. Bei Mark Robin und Michelle war auch klar, dass die beiden wirklich getrennt sind, aber es gab da so einige Kandidaten, wo wirklich offensichtlich war, dass wir da so ein bisschen an der Nase herumgeführt werden. Aber ich sage euch ehrlich, wenn das wieder so eine Fake-Show wird, dann werde ich persönlich mir das gar nicht anschauen beziehungsweise eventuell mal ein bisschen reingucken und so, aber da kein Content zu machen, weil ich mache halt auch kein Content zu Berlin Tag und Nacht oder Köln 90210, ne 50667. Mache ich halt auch nicht. Warum? Weil das für mich einfach langweilig ist, wenn die Geschichten sich ausgedacht werden. Wenn das Leute unterhält, okay, meinetwegen, aber ich gucke mir sowas halt nicht an. Beziehungsweise habe dann letztes Jahr auch zu Prominent getrennt irgendwann kein Content mehr gemacht und habe das so sporadisch nebenbei laufen lassen, aber es hat mich gar nicht mehr gejuckt, weil ich wusste so, das meiste da ist halt eh verarsche. Und jetzt mal gucken, wer dann wirklich gecastet wird für die diesjährige oder für die nächstjährige, nächste Staffel Prominent getrennt. Und ja, dann kann man das ja beurteilen, ob das interessante Paare sind oder nicht. Okay, Leute, und jetzt kommen wir zum Spoiler bezüglich Princess Charming. Das heißt, falls ihr es nicht wissen möchtet, dann müsst ihr jetzt bitte das Video abschalten. Dann bedanke ich mich bei euch schon mal fürs Zuschauen und sag tschüss. Drei, zwei, eins, jetzt kommt der Spoiler. So, das hier ist eine Story von Carina, also von Carina, die wir jetzt gerade bei Ex on the Beach gesehen haben, die da mit Yassin angebandelt hat und die jetzt ja vor kurzem offiziell verkündet hat, dass sie in einer Beziehung mit einer Frau ist und zwar mit Chica. So, Chica und Carina haben sich zusammen Princess Charming angeschaut und haben hier ein Reel gepostet von Daisy, sagt man Daisy oder Daisy, ich weiß nicht, die sagen das immer so unterschiedlich, keine Ahnung, von Daisy auf jeden Fall, die einen Rose überreicht bekommt von einer Frau und Carina hat identifiziert, wer diese Frau ist, denn sie hat die Tattoos verglichen, wie immer, was würden wir ohne Tattoos machen heutzutage. So, das ist dieses Handtattoo und daran sieht man eindeutig, dass das Elena ist und das passt auch zu dem, was in der Show gerade passiert. Denn wir haben ja in der zweiten Folge schon gesehen, dass Daisy und Elena miteinander anbandeln und sie richtig, richtig gut finden. Da war irgendwie schon klar, dass da früher oder später was laufen wird. Keine Ahnung, wie es weitergeht, ob die beiden sich irgendwann freiwillig aus der Show verabschieden oder ob Marlene das mitbekommt und die beiden rausschmeißt. Carina und Chica haben noch was anderes rausgefunden und zwar, dass auf jeden Fall in der Show bereits körperlich was zwischen Daisy und Elena laufen wird, was im Trailer oder in der Vorschau auf jeden Fall schon angeteasert wurde. Man hat allerdings nicht erkannt, um wen es sich handelt und die beiden FBI-Agenten haben mal wieder die Tattoos identifiziert. Wie könnte es anders sein? Eine habe ich schon mal identifiziert. Das Tattoo ist auf jeden Fall von Daisy. Sie greift die Hand tausendprozentig. Ja, hundertprozentig. Das kann ja nur Elena sein. Schauen wir mal. Da haben wir ja die Übeltäter. Schaut euch dieses Tattoo an. Damn. Ja, eiskalt. Hundertprozentig. Also Leute, das war ja wohl Dantenwelt. Das war ja wohl klar wie Klosbrühe. Als ich am Princess stelle, würde ich sagen, adios. Viel Glück euch beiden draußen. Aber ihr seid hier, um mich zu daten. Raus mit euch. Normal. Ja, aber ist so. Sollen die jetzt auf meinen Nacken da auch noch Sendezeit ziehen oder was? Ja, sehr gerne. Adios. Tschö. Tschö mit Öl. Ja, schau mal mal, was wird und ob Desi und Elena im Endeffekt freiwillig die Show verlassen oder ob sie rausgeschmissen werden und ob sie tatsächlich in eine richtige offizielle Beziehung miteinander gestartet sind. Ich könnte es mir gut vorstellen tatsächlich. Warten wir mal ab. Ich muss aber auch zugeben, dass ich genau aus diesem Grund kein Fan mehr von dem Format Princess Charming bin. Ich habe auch, als das angekündigt wurde, dass eben diese Staffel kommt, gesagt, klar, ich freue mich, aber ich würde mich noch mehr freuen, wenn nächstes Jahr Charming Girls kommen würde. Also Charming Universum, ja, sehr gerne, aber lieber gemischt, sodass jeder jeden daten kann. So, wer sagt denn jetzt schon wieder, dass jeder auf die Marlene oder Madeleine steht? Die Leute können sich untereinander nicht daten, die können auf keine Dates gehen, die müssen da jetzt irgendwie so miteinander rummachen, können die Villa nicht verlassen, können sich gar nicht wirklich kennenlernen beziehungsweise, wenn sie dann merken, sie sind mehr aneinander interessiert und nicht so stark an der Princess, dann müssen sie die Show verlassen. Warum macht man nicht Princess Charming einfach? Man muss ja auch nicht immer Leute aus den vergangenen Staffeln mit reinnehmen. Bei Charming Boys war es ja jetzt so, dass wir, keine Ahnung, irgendwie Hälfte Hälfte hatten, also Hälfte Newcomer und die andere Hälfte hat schon mal an Prince Charming teilgenommen. Das muss ja noch nicht mal sein. Man kann ja durchaus irgendwie ein paar Personen wie Elsa oder so interessante Leute mit reinnehmen, die man eben aus diesem Charmings Universum schon kennt, aber sonst eben neue Leute, genauso wie in dieser Staffel. Diese Staffel hätte man so gut einfach als Charming Girls machen können, oder was meint ihr? Aber wie dem auch sei, danke fürs Zuschauen. Ich verabschiede mich jetzt erstmal von euch und drücke euch ganz doll wie immer. Hinterlasst sehr gerne einen Daumen nach oben und bis dahin. Tschüssi! Mua!